hat sie ihn begleiten und steht die scheune schon werden erhalten 150 ok anbinden unsere pferdescheune steht schon mensch wann haben sind die gebaut jetzt bin ich ja wieder fertig berühren jetzt müssen wir bloß mal gucken wenn das jetzt unser haus ist heißt dass wir dort jetzt einfach mal drin können und unsere zuerst machen da muss ich trotzdem ganz vorher meine güte richtig gut ausbilden ach jetzt machen wir jetzt nicht ach hier ist das zimmerchen durchs buchen ich wollte gerade sagen das ist unser eigenes bisschen flach das bett aber ist okay schnell reise nie schnell reise aber auch nicht mal wo soll ja jetzt fließt waschzimmer küche fragt mich was hier was soll das sein dusche im boden meine güte schicke tröste gut also essen kochen anscheinend doch hinten am feuer und einerseits die kette ja jetzt auch nichts weiter ich hab ja auch nichts weiter zum essen noch oder in so ein steakhike hier noch dann hört doch langsam auf wir müssen unbedingt mal wieder ein bisschen wild in der tasche stecken so so und jetzt schlechter tag krass aus oder löser A house, a barn, look at this place. I can't believe it. Thank you. Thank you both. This calls for a drink. Young miss at dancing school has taught the menuet to tread. Young miss at dancing school has taught the menuet to tread. But we go better when we've brought our foretack to Cat Head. Come bustle, bustle, drink about and let us marry be. Our can is full, we'll pump it out and then all hands to see. When horn and hounds, the forest rends his pack, the huntsman cheers. When horn and hounds, the forest rends his pack, the huntsman cheers. As loud as Hallu when we send a broadside to Mount Sears. As loud as Hallu when we send a broadside to Mount Sears. Come bustle, bustle, drink about and let us marry be. Our can is full, let us fall, we'll pump it out and then all hands to see. What's got at sea we spend on shore on Sweethearts and our wives. What's got at sea we spend on shore on Sweethearts and our wives. And then my boys hoist sail for more thus passes sailors' lives. And then my boys hoist sail for more thus passes sailors' lives. Come bustle, bustle, drink about and let us marry be. Our can is full, let's brighten out and then all hands to see. Yeah! Woow! Ha! Ha ha ha! Harry, off to how he manipulated. Get out here. Uncle's gone. He's fine. Let me sleep. Get out here, now! That fat man will be fine. No, he won't. Skinner's. ich habe immer noch gehen lang öl muss man so nebenbei erwähnt ja aber wir haben mehr schlafen war das ist ja die gar nicht mehr essen baut man hätten laufen müssen und schlafen meine typen liebsten davon wenn ich das kann man ruhig mal in dem wald einreiten das gleich schaffen wird wenn wir haben das soll denn vielleicht mal weil es schließt ja ein ding nach dem anderen an du kommst du ja nicht dazu mal luft zu holen vielleicht haben wir wenn wir wieder haben vielleicht einmal zeit nach blackboard darin zu reiten und die ihn oder andere sache zu verlinien haare schneiden brütt mal so oh der klöpfchen gut an ja du denkst du siehst uns kommen ich weiß nicht ich glaube wir werden es bald finden wir werden besser gehen auf dem Fuß ok lasst die Hände in den Trennen m ja ich muss aber leise bütten Oh, genau, ich weiß nicht. Ach da. Der war nicht verkehrt. Amy, ein Wunderschön. Wie geht's dem Pferd? Wie geht's dem Pferd? Und natürlich euch, Möse. Welchen Pferd? Meinst du jetzt mich? Also eigentlich mein Daumenpferd ist ja leider down. Kowski, ein Wunderschön. Der Pferd hier. Hold it. Ich wünsche euch viel Spaß noch. Ich bin jetzt chillig auf dem Sofa. Film schauen mit Mann. Oh, Nadine macht das. Schönen Abend noch. Dankeschön, Herr Mutter. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Vielen lieben Dank, dass du lange dabei warst. Ich hoffe, du hast deinen Daily geschafft. Und bis morgen eventuell. Rufst du jetzt los, wenn du Bock hast. Irgendwie so mal gucken, wie lange meine Hirn und meine Augen aushalten. Kowski, mach los. Schönen Dankeschön. Immer wieder gerne für euch. Mach dir einen schönen Abend. Mach dir einen schönen Abend. Ja, weil das so tun. Ja, weil das so tun. Norkowski. All's gut, wenn dir? Das macht Leben. Und irgendwie, wie gesagt, das ist, wir spielen ja einen komplett neuen Charakter. Aber das ist ja John Martin. Und, äh, beziehungsweise andererseits, Jim Milton. Der, äh, war Arthansa tot. Und unserem neuen Pferd geht's gut. Geht voran. So und so. Geht's in mir hinterher, das ist natürlich eklig. Alles einmal neu. Na, nee, nicht unbedingt. Es geht weiter. Also, er geht heute schon im Stream. Es geht weiter und er künstelt jetzt mittlerweile ja nicht so fragt. Ja, jetzt geht's. Es ist schön, dass du nochmal einen Charakter formen kannst, sag mal, ja? Hat der echt mich zur Seite gerückt? Das ist auch krass, was? Ja, das muss sein Camp. Was tun wir tun? Lass uns auf den Bouldern und schauen uns. Und halt interessant zu sehen, was macht er im Laufe der Schichte aus dem Ratschlag, den ihm Asama gegeben hat. Kannst du auch schauen? Hold on. Over here. Oh, mein Gott. Oh Gott. Wir müssen ihn holen. Warte. Wo sind sie? Wo sind sie? Ich will nicht. Warte. Warte. Charles! Rats! Oh. 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 Oh Gott. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Von überall! Behind the rocks! There! Uncle, hold on! There! They came for the old dogs! John! John, they're here! Look! They came for the old dogs! Oh! Anyone for me, John? Not at all. There they are! Take them down! They're there! Get down here! What are you? I see you! What have they done to you? We gotta get you down. Okay! We've got some time! Let's get Uncle! You're okay, old man. You look awful! You'll be okay! Those bastards! They're already almost on the cross! Oh! Looks like we got here just in time! God damn it! I'll carry him! Come on Uncle! Come on Uncle! Come on! Come on Uncle! That's bad! And he's blinded- For all the way! Not bad! Here come the rest of us! Quick! There's more of us! I'll cover you! Come on! Give him a knife! I don't feel any damage! I'll cover you! Now the right! We're not clear! You move! Oh! Give me out! Das ist total krass. Oh, da ist es. Oh, da ist es. Du hast eine Dachse irgendwo? Was ist das? Oh, da ist es. 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 Oh, da ist es μ Easier. Ich nehme ihn aus! stratig. Ah, we goto man! Da categories! Ah yeah, ich bereuen die Fahrzeuge! 10 alter spieler ein schuss und ich bin dauernd alter reite los ist das der eier macht da ihn auf tänzel tanzt wird die kriege anfühlen das ist mehr als ehrlicher man hättet mal mit rüber abschließen können was machen sie denn luft auch einfach weg reiten davon da machen sie im trab damit so ja noch mal ihn erwischt jetzt bist du raus und fällt mir jetzt echt beschein den gegner im wald ja und fährt macht die noch englische händel gelockt im wald ja 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 warum reiten wir jetzt eigentlich mit kuban hierher das aber lange durch erhalten hier ist sie oder das ist ja eigentlich in der stadt reiten zum arzt den wald den 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 Oh Gott, der kriegt gleich Gänsehaut, ne, das hier. Er flügt schon wieder. Wir sind einfach nur ein Wunderschön. Sie sind einfach ein Wunderschön, und wir sind in den Weg. Wie wir schon waren. Ja, genau wie wir schon waren. Vielleicht sollten wir die Torture machen. Wir haben Uncle Singen, anstatt der Torture. Wir werden hier sicher sein, John. Aha. Du? Du Familie? Wir werden alle sicher sein. Wenn sie jemals zurückkommt, ja. Unsere liebe Frau. Also unsere Abigail. Ne Gille? Bin gespannt, wann sie da ist. 15 bis 20 mit dem Bug reproduzieren und Video machen und halt verspielen. Jetzt sie also war nicht viel mit, mit, mit spielen. Halbe Stunde eigentlich nur vom Ganzen war. Aber er kauft gut ein, ja. Also jede hat er. Ungefähr, aber das lag nicht am Bug. Achso. Ach, guck mal, wer da kommt. Was für die Hölle. Mit Hund. Du... 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 Ich... Ich... Du hast immer diesen schönen Weg mit Wörtern. Du machst alles gut, Junge? Ich bin sicher, Papa. Kann ich das Haus sehen? Klar. Hatte da einen Hunger? Die hat ja immer noch die selben Klamotten an die Frau. Ich bin sicher. Er wird warm. Er hat ein Ort, wo du hier hast. Es ist dein. Es ist dein. Es ist dein. Ich sollte das über den Mannen sehen. Wer ist mein neues Rival? Oh, das ist Rufus. Er ist... Loyal, dumm und angrein. Also ich mich zu dir erinnern. Ist das deine Idee für eine Schraube, Frau? Ja. Lodge. Ich bin. Ich wollte doch noch zum Friseur vorher, bevor sie kommt. Aber nein, man muss ja den Onkel retten. Ja. Aber jetzt sehen wir schon aus wie ein Herr. So. Kick dir das an. Western so. Ah, was haben wir schön mit Abigail. Was sind das für Dinger? Welche Tätigkeiten, die ich hier machen kann? Och, jetzt haben wir den Hühnerstall auch schon. Null. Ach hier, der misstet aus. Ich komme da auch eine Arbeiterbezahlung für die Weißen. Hehehehe. Wie will ich das passieren? Schau. Wenn... Wenn... Wenn du Geld brauchst, dann bekomme ich dir Geld. Aha. Braucht ihr Stroh oder was? Also wir gucken mal, was Abigail von uns tut. Ja, bevor wir irgendwas... Erst mal Türen gepoltert. Epigil. Also bist du froh? Ich denke so. Und ich habe gut gemacht? Du hast gut gemacht. Also... Bin ich vergeben? Nein. Sie sind eine scharde Woman. Ma! Pa! Komm raus! Sadie! Haha, du bist hier! John, es ist... Sadie Anne. Warum wusste du, dass sie... Ich bin... Sorry, ich dachte... Sie sehen gut. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Haha. Komm mal! Im Sinne vom Bastard, wahrscheinlich wegen, die denkt, er hat den Alten. Oh, ich muss leider wieder raus. Warum? Hab Besuch bekommen, da will kein' ich ja nisch. Bis morgen, Amy, macht einen schönen Abend. Dankeschön, tschüssi, schöne Süße. Was ist denn das meinte, jetzt ziehst du wieder an den Fulnisch, ja? Ja, sogar Jack kann das machen. Du kannst nicht diese dumme Ideen in der Hunde. Er wird etwas besser machen, als das. Wie, was? Schreien verrückte Geschichten? Ich bin sorry, Abigail. Wirklich, ich bin. Ich habe nur gedacht, wenn du ein bisschen Geld hast... How many times do I gotta bury you, John Marston? Never. You ain't never buryin' me. It's legal work that I can handle. Bloß, weil ehrliche Arbeit ist, warum kannst du ja trotzdem irgendwann beerdigen müssen, oder? Micah? Bounty hunting is one thing, but goddamn, Micah! I heard he was upcountry, or some fella who sounded just like him. Killed a family, bar a little girl who escaped. Leave Micah alone. I'm sorry, Abigail. I came by because I was riding by chasing a fella, and I thought John wanted to earn some extra money. What is it? Abigail, we need the money. Some fella robbed his business. You know, an accountant or something. Came down from Rhodes, I believe. How much does it pay? It pays good. The soft ones usually do. Okay, then. I guess. But Micah? No. All right. John Marston, let's go. Just you bring him back to me. You hear? Of course.